zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gehen wir wieder auf ein neues video und zwar von rmx diego und zwar kollega x san diego rotig massaker 3 produziert von persk und schogen alles tot und red light ein kleiner remix von mir zu meinem geburtstag als geschenk an euch für remix bei remix diego video bei remix diego bietet bei persk und schogen dann nebenbei made green acapella bei pers und die kredits natürlich an spaz und kollega und hierzu kommt bald der reaction stream ich weiß noch nicht wann kommt aber noch eine ankündigung zu wenn ich weiß wann ich es schaffe ich würde ich sagen wie da war nicht lange starten rein da let's go private jets milliarden checks von borsa umgeben wie triaden chefs gerade weg reunited die stars im weg wenn beim gipfel trefft das eis bricht titanic crash ich schieß nachts im block kardaschen die kops wie der russian mob kein piece bin im fall aus big boss change g's up so wie im tatoo shop ey was zu klauen waffen lauf auf die blasse haut von von junkie rappern die zum runterkommen immer wieder kapseln brauchen wie ein astronaut cosan ostra tony sosa holy ghost in dem rollercoaster hochgeboxt so wie profi boxer mit blondem kopf harry dody forster sagt hoes aus wie postman sau.guck Ich muss schon mal sagen, sehr geiler Track auf jeden Fall, muss man ehrlich mal zugeben, sehr sehr geil, auch der Beat natürlich sehr sehr schön wieder, oder wie immer eigentlich, auf jeden Fall ein Ohrenschmaus natürlich wieder, wie eigentlich alles von ihm, ja, also wirklich viel kann man nicht sagen, außer geil, 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 natürlich, 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 was ist schon deutsch, ist kein deutsch, egal, scheiße, ja, also ich kann nicht wirklich was sagen, weil es ist halt einfach geil zu hören, es macht Spaß, das zu hören, so, mehr kann ich dazu nicht wirklich sagen, weil, I mean, so, man muss halt wissen, oder man muss, ähm, ja, merken, auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall auch ein Ding ist, was er durchzieht, so, er zieht's durch mit Liebe, er steckt Herz, Blut, alles rein, er zieht durch komplett, und dafür, und dafür, ähm, feiere ich ihn, dafür feiere ich ihn in Real Talk, und, ja, das ist halt einfach das Geile bei, äh, ihm, dass er das so durchzieht, und, ja, ich bin halt ehrlich, dass das einfach geil ist, so, kann sein, dass das jetzt gerade ein bisschen laut war, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich hab jetzt gerade mal ein bisschen ein Filter reingepackt, aus, äh, Mikrofon, keine Ahnung, ob das hier zu laut war, falls ja, tut mir leid, es sieht immer noch ein bisschen zu laut aus, wait a minute, ich mach, glaube ich, mal den Kompressor ein bisschen down, und, warte mal, ich mach, die Audioverstärkung runter, auf, 57, das sollte eigentlich reichen, so, so, das sollte eigentlich reichen, und passen jetzt, wenn das immer noch zu laut ist, gerne bitte in die Videobeschreibung schreiben, damit ich es weiß, ich höre mich selber nicht, aber, ja, wie gesagt, man kann nicht wirklich was dazu sagen, es ist ein geiler Track, so wie er ist, ähm, und, ganz ehrlich, es ist halt einfach sehr, sehr geil, ne, so, muss man halt einfach sagen, und, ja, grüße ihn raus, an RMX, natürlich, ne, grüße ihn raus, der Reste, in, ganz, in Germany, und, ja, ich bin mal sehr gespannt, was er aus Sanis, äh, Part macht, weil, ich schätze mal, Kollegas Part ist noch nicht zu Ende, wir sind es bei 1 Minute 19, deswegen beide rein da. Kollegah der G, live liegt nachts, hol das Magazin aus dem Schreibtischfach, wurde regelt wieder mal die Crime-Szene ab, Spre the cooking in der Street, wie ein Ice-Cream-Truck, wer tritt mein Herbe an, das Game ist sterbenskrank, überall Versager, wie mein Werdekann, ey, das ist Ludwig-Massager, wir schießen Motten weg vom Straßenrand, Kickstarter von der West Side, wir geben kein Pick auf das Blond, ich warme mit Polizeibeamtern, ich hole meine Tag, hey, hey, go to the game, in, vor allem, vor allem, vor allem, vor allem, my attack, nein, alles tot in Red, hey, go to the Red, go to the Red, hey, go to the Red, hey, 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 gun unter dem YSL-Designer-Shirt, wir gehen auf dein Rücken drauf, wie ein Timer-Sir, alles Ragen, ich hätte mein Hype zerstört, Sonny, ein gefragter Mann, ich nur beim Poliznive-Verhör, Nummer 1 Street Gang, kein Beef, aber Liebow Family könnte dein Livestream sprengen, bleib dich, wenn's alles raus und ihn einzieht, hast du dir ne Bulle eingefangen wie ne Highspeed Gang, Krupp's im Transport Cruiser, Klauki wie Toss Bruder, Drecksbulle machen mir Filme mit Drohnen wie George Lucas, Lieber Mesen, Moshit gibt es Szenen, Dropkick, damals Buhrufe, 3T beim EG, Kappa Boss, Aura 2, Witz auf Liga, Alt-T-Bandi, deiner Mama, Degen auf dem Mercedes-Benz, ich bin Universal, aber Multikrimineller, Hänge mit den Families und redest du im Interview schlecht, hat ein Manager, Telefonpolitik mit Arabern und Zoller attackiert dich so wie bei einem Liverpool-Match. Also ich muss ganz ehrlich schon mal sagen, die Hook ist geil, weil das ist die Hook aus dem ersten Part von Rotisch Massaker und ich fand den ersten Part generell schon geil und gut, die Hook hat mir nicht unbedingt gefallen beim ersten Mal hören, aber so beim zweiten, dritten Mal hören war die auch ganz geil, war auch ein bisschen Eingewöhnungslache dann beim zweiten Teil, dass mir die Hook am Anfang nicht so gefallen hat, aber mittlerweile höre ich es echt gerne und ja, einfach geil, absolut geil. Ich finde es auch geil, dass er bei dem Sunny-Video oder bei dem Sunny-Part, an Videos La Familia 2 und Rossa von Donner und Apocalyptic Endgame benutzt hat. Ich habe jetzt kein anderes rausgesehen, leider, also es kann auch sein, dass da mehrere drin waren, ich weiß es nicht, kann auch sein, dass da noch welche kommen, die ich noch kenne, aber ja, sehr geil gemacht, sehr geiler Remix, muss man ehrlich sagen, sehr geile Arbeit geleistet haben, an alle, die mitgemacht haben, strong. Und halt natürlich von normal Rotisch Massaker 2, das Video genommen auch, paar Teile davon, auch sehr, sehr geil. Ich gebe dem überhaupt Stiche, wie ein Rosenkranz-Dorn, Sorge für Rockweiler-Würste, pushe den Koka-Transport, ich habe Motive im Red-Blight, wie ein Fotolabor, Gangs am Block, Magnum-Shots, Diego Lande-Treffer, Hand of God, Jim Chiller, King Villa, Drip-Killer wie Acer-Brain, Heavy-Waves, Six-Fingers, Fick-Finger fürs Rechtssystem. Alles Tote, Drip-Killer, Ey, das ist rot, ich bin Sarkar, wir schießen Mütten weg vom Straßenrand, ich ging's ab an der West Side, wir geben kein Blick auf das Blut, ich war nur noch Polizeibeamter, ich tromm' meine T-A-K-Pack, ey, komm mal, oh my God, Drip-Killer, du bist halt im Red-Killer, du bist halt im Red-Killer, ey, oder bist du mit der T-A-K-Pack, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil, 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 geil gemacht auf jeden Fall, grüßigender Fett, fett raus, an alle, die da mitgemacht haben, also natürlich, der Brain selber, Shogun, RMX Diego, Pass Production, Matt Reeve für das Handnäher, auch mega geiles Handnäher, muss ich ehrlich sagen, die A Cappella ist auch wieder zu geil, generell, alles sehr, sehr geil gemacht, die Videowahl ist auch sehr, sehr strong, und, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken bei dem Bruder, schaut bei ihm vorbei, ich würde sagen, das war's mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Ab oder, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dahin, tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du normales Kaspariere, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.